Weitere Babyfreuden bei Let's Dance. Isabel Edwardson ist zum dritten Mal Mutter geworden und teilt ein zuckersüßes Update. Bei Let's Dance ist der Babyboom ausgebrochen. Vor vier Wochen sind Renata Lusin und Valentin Lusin Eltern einer Tochter geworden. Nun rund einen Monat später folgt das nächste Let's Dance Baby. Urgestein Isabel Edwardson hat ihr drittes Kind mit Ehemann Markus Weiß zur Welt gebracht. Isabel Edwardson teilt Foto ihres Nachwuchs. Das bestätigte die 41-Jährige jetzt mit einem süßen Post bei Instagram. Dort veröffentlichte sie ein Foto, das ihr Hand und das kleine Händchen ihres Neugeborenen zeigt. Hier bin ich rotes Herz. Das ist purer Liebe-Smiley mit Herzen als Augen vor ein paar Tagen bist du geboren und machst uns so wahnsinnig glücklich. Du hast zwei ganz stolze große Brüder, die dich am liebsten den ganzen Tag knuddeln möchten. Smiley mit Herzen als Augen wir lieben dich so sehr, schreibt die gebürtige Schwedin. Die Geburt sei gut verlaufen und nun würden Mutter und Kind erst einmal entspannen. Weitere Infos werde sie zu einem späteren Zeitpunkt teilen. Ob Isabel und ihr Mann Eltern eines Jungen oder eines Mädchens geworden sind und wie das Baby heißt, erfahren ihre Fans also vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Innerhalb kürzester Zeit haben sich unter dem Post hunderte Glückwunsch-Nachrichten angesammelt, darunter auch die von ihren KollegInnen. Glückwunsch rotes Herz genießt eure tolle Zeit als Familie, schreibt Alexandru Ionel. Auch Christian Polanz und Viktoria Swarovski haben die wunderschöne Aufnahme bereits kommentiert. Noch vor einigen Tagen hatte Isabel Edwarsson ihre Fans mit einem Babybauch-Update überrascht. Nun ist der Nachwuchs endlich da. Für die Tänzerin, die seit 2015 mit Markus Weiß verheiratet ist, ist es das dritte Kind. 2017 kam Sohn Mika zur Welt, 2021 folgte ihr zweiter Sohn. Und die Let's Dance-Familie wächst weiter. In Kürze erwarten Luca Henn und Christina Henni ihr erstes Kind. Zudem haben Patricia und Alexandru Ionel nun verkündet, dass sie noch einmal Eltern werden. Und die Let's Dance-Familie wächst weiter.